hallo meine liebe freunde und da sind wir was komplett anderes wie bei ein anderes video mal versuche wie das bei euch ankommen weil dann kam bei mir gaming einmal eine nachricht parodie und eine zweimal kleine montage deswegen wollte ich mal versuchen ein paar technisch fragen zu beantworten zu versuchen keine ahnung und wer einfach mal gespannt wie bei euch das rüber kommt die erste frage einfach meine frage aber die erste technisch frage ist bist du ein minecraft im profil habe ich natürlich erstmal gemacht haha weiß ich selber so wie heißen die anfänger skins alex und steve sara und steve als alexa und steve scheiß alex tina und tom alexandra und sam alles klappt wer ist das benutzt man zum bewegen eigentlich jeder hat unterschiedlich oder gucken wdc nein e cka nein da dswa passt kann man in minecraft fliegen nein gar nicht ja immer ja wenn man hacker ist ja aber nur überlebenslose ja aber nur in kreativ kreativ modus hier heißen die drei dimensionen ah die end also das end das neder und die normale das end das neder und die normale es gibt nur einen die müssen die normale ist das end das nater und die nun macht es gibt vier und die heiße normale end zauberer okay da muss jeder richtig heiß sein wie kraft war ein kompass redstone stein hacken gold redstone nein eisen redstone juck eisen redstone stein nein man kann sich keinen kompass kraften aha jetzt geht's durcheinander je nachdem was mir einfällt xd brr 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 wenn man ein blatt mit der hand abbaut bekommt man das blatt was ein blatt a dieses blatt wenn man ein blatt an der hand abbaut nein bekommt man nur mit einer schere also die frage ja es gibt keine blätter immer gibt schon ein bild man kann keine blätter abbauen event ja haben wir ja ja man kann aber auch eine schere benutzen aha aus welcher erze kann man werkzeug schwert achsen hacken schaufel spitzen kraften stein holz eisengold diamanten perfekt doch redstone smarag eisen aus kleinen erzwerkzeug kann man nur finden okay eisengold diamanten eisen diamanten goldstein erschein ist auch da okay wer ist die oh nein die versionen besser ist die neueste version von minecraft 1.13 ich glaube schon 1.13 gab es schon 1.11.2 never nicht mehr 1.7.1 sowas von nicht 1.12.2 oder 1.13.1 wir haben jetzt 1.4 scheiße 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 das war das jedoch oder doch kommt doch weil das 2.18 wir haben 19 habe ich völlig vergessen ich sage das oder nee das kann das sein das kann nur sein das oder das das oder das das sonst kommt gar nicht bei mir klar kann man in minecraft den skin ändern ja aber nur die klamotten also nein ja aber man muss dafür geld bezahlen ja ja aber nur den kopf ja man kann alles machen man kann sich auch nackt machen gibt es monst um ein gott hat der licht gemacht ja aber nur zornig ja zornig skelette spinnen nein es gibt weder tiere noch monster tiere sieht man hier war schon ja schweine kuh schaf nein und tiere ja 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 die eine frage ich vor acht von zehn wo du kennst dich ja schon gut aus dem minecraft experte wärst du bei 19 getriggert das ist immer bei der arbeit ein punkt fehlt mir finde so eine experte so eine fälle ein aber du bist schon ein großer minecraft kenner neun jahre ich wünsche dir auch viel spaß das ist ja blablabla du hast zeit mir die der richtige klare begründung jetzt gespannt was aus welcher ärztin kann man werkzeug schwert acht hake schaffst du behindert eisengold diamanten jetzt check ich das oh mein gott wer lesen kann hat es hat nur ein vorteil leben version 1.12.2 so leute wir kommen zunächst frage 20 fragen zu minecraft wie viele füße hat ein creeper 3 6 1 2 4 4 4 was für ein beruf war doktor banks erster skin in minecraft was kommt dafür youtuber ey what the fuck keine ahnung wer guckt doktor banks feuerwehr polizist geheimagent arzt was ist das er sah wie ein clown aus oder die doktor banks beruf keine ahnung feuerwehr polizist geheimagent arzt ja mein gott dann wurde er als clown kann aber was am ende kam wie viele biste bot ein kuchen er ist keine ahnung warte mal 1 2 3 4 5 6 7 ja 7 ich hoffe es ist ein 7 was ist stabilere diamant block also gold block ist sehr schwer das weiß eisenblock naja und diamant block stabil ja sollte was ist der erstes wer ist der erste minecraft moja moja mui jung schink schankschau mein gott hier das hier wie kann man etwas kriegen in einer kiste finden ok sehr interessant kraften kraften oder in einer kiste finden man kann sie nicht in eine kiste finden weil die kriegt man es von einem alten frame und das lustige das weiß ich so ich habe noch nie einen zuweilen wir abgebaut oder ein kreativ sind die nur ganze zeit in paar let's place gesehen ja keine ahnung was passiert wenn man in der 1.11 einen diener johnny nennt er wird zu hexe für der haxe sagen er wird zum dorf bewohnen ergreift alles selbst ja das hier das war doch was da war was johnny da war was da gab es ich habe ein video gesehen war richtig klickt geil habt nicht gekonnt aber titel war da also ich vermute das ist doch das wie klappt man einen banner doch mit drei wolle und nein so das vorlesen wie kann man ein scharf und umfärben mit mehreren farben mit einer farbe auf scharf klicken mit schießpulver und einer farbe ok was ist die billigste spitzhacke der mann der mann lapis lazuli abbauen kann stein ja was kann ja was am fast am stärksten der mann schreibt mit schärfe ein das erste und das zweite ist gleich stark stein schwertig schwächer was also ich werde mit schärfe zwei stein schwärme schärfe drei scheiße 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 also warte der mann hat hat sieben normal damage danach mit schärfe eins hatte 7,75 oder so also ich werde schon die heilig ist die beide also der steinschwert ja ja steinschwert sollte krasser sein weil der hat fünf wenn man den upgrade weil ich weiß bei sky boss wenn man die zwei oder scheiße keine ahnung ich war ich sage steinschwert weil bei sky boss spiel ist ja oft und ich kraft ist ja oft damit ich bin ein crafter haha mit was füttert man katze beides geht soll das ist erst am ende sein mit rohnen fisch mit gekochten fisch rohnen fisch gekochten geht nicht was ist im projekt war das seltenste zuckerrohr oder ja zuckerrohr doch keine ahnung geholt haben die sehr viel gut wenn die jetzt haben die auch zuckerrohr tipp ich mal wer war nicht bei minecraft clash dabei was clash was ist clash warte meine leute das muss ich mal googeln okay das was komplett alex okay man sieht den heißt da ich habe keiner was das ist clash 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 ich tippe mal nicht piloten die hier die kenne ich nicht aber ich habe keine piloten und dener gesehen wie kraft hat man kuchen drei weizen zwei zucker 1 3 mich einmal nein ein weizen eier zu kanal keins von den weizen drei eier nein ein eiweißen ja ja wie wird naja wie wird ein klebriger kolben gekraftet zwei golden ein einkommen ein scheinball ja so ich kann muss die nächste frage fragen was bedeutet minecraft auf deutsch minen bauen minen erstellen minen können dies klar kleinste slimes einen normalen spieler töten wie krasse man einen braustand ganz angenommen letzte frage wie muss man etwas benennen um die figur umzudrehen oh mein gott als ob ich so was machen die da bunt die da bunt die da bunt keine ahnung 15 von 20 ok lass mal schauen kann man nicht sehen boah top nicht schlecht aber es geht besser versuche es noch besser du hast war durch ja ok glückwunsch leute das letzte muss noch was bestes ach ich habe mein fuß eingekleppt leute das letzte muss was geiles sein bin ist ein minecraft fan spiele seit neun meiner minecraft bin ich wirklich ein richtiger minecraft fan wie oft spielst du minecraft ach du kacke leider 2019 sehr wenig minecraft was ist das jeden tag vier und zwei stunden ein zwei stunden also wenn ich mein kopf spiele also dieses jahr spiele ich sehr wenig also zwei bis drei stunden also oder manchmal ein zwei stunden oder fast kein minecraft sagen wir mal letztes jahr sagen wir mal eigentlich vier stunden jeden tag vier und zwei stunden habe ich mein kopf gesucht ich habe mein kopf so gesuchte wie keine ahnung was das krass aus ww guckst du minecraft videos ja leider gibt es keine mehr auf so richtig auf beim meine abonnent mehr was tust du wenn es regnet oder gewitter mein kopf spielen was sonst wird vor allem was freundin shoppen beschwurig radio und dann macht das wer hat mein kopf erfunden nehmen deine männer hat mein kopf erfunden 2009 und 98 98 wenn du wenn du ein mein gott wenn du einen minecraft artikel siehst was machst du dann kaufen ich gehe weiter artikel wie zeit ich gehe wirklich weiter ich gehe weiter halt was was nutzt du als desktop hintergrund das windows mac oh mein gott da steht noch wieso dass ich ich mein schlecht stimmt schlecht was machst du gleich wenn der test zu ende ist mein kopf zu mir ein roter werden das mehr test machen schlafen das stelle ich wie gleich schlafen weil mit in die uhr und ich habe heute gearbeitet ist es einfach schlimm so früh ab zu arbeiten frisch ist echt boah sagen manche du bist ja mein kopf süß dich ja also damals hat eigentlich habe ich nie erzählt weil das ist jetzt ist das irgendwie ein bisschen komisch sozusagen ja sechs jahre als ich bin minecraft und suchte manchmal so damals war habe ich nie erzählt so richtig wie war der test ausgezeichnet mitte wie ging mein kopf noch bei mittel sind nicht so die krasse frage wie viel habe ich eindeutig du bist ein echter minecraft fan und ich bin ich wohl jede freie minute mein aber letztes jahr okay okay einer so blablabla so leute das war's ich hoffe euch hat das gefallen wenn euch das wirklich gefallen hat gibt ein leid und wenn ihr mehr davon wollte dann geht ja auch ein leid und schreibt einen kommentar was soll ich noch suchen und tatsächlich fragen zu beantworten blablabla bis dann hin tschüss